Ja, grüß euch, Burm. Heute bin ich nochmal mit dem Coach Burak im Gespräch, weil es soll um bestimmte Mythologie gehen aus dem Dating und zwar primär der Fokus auf die Qualitätsfrau, was wir oftmals hören und auch damit verbunden diesem guten alten Satz, ja, man verliert Geld oder Sinn, wenn man so möchte, wenn man Frauen hinterherläuft, aber niemals Frauen, wenn man Geld, Status oder eben Sinn hinterherläuft. Und das sind sehr spannende Nuancen, weil man das ja auch sehr häufig sieht, vor allem bei jüngeren Männern, aber auch bei älteren natürlich, dass es da diese, ja, wie soll man sagen, dieser Wunsch nach dieser einen Prinzessin der Seelenverwandten gibt und dass man dann oftmals sagt, ja, na, bei uns in der Gesellschaft, da find ich keine Frauen mehr, die hole ich mir jetzt irgendwo anders her, Ja, da wo es noch nicht den bösen Feminismus gab, in Anführungszeichen, währenddessen das häufig auch die menschliche Natur halt irgendwo ausklammert, weil auch Frauen wie auch Männer bestimmte unschöne Verhaltensweisen haben. Man sagt ja auch bei Männern, ja, ein Mann ist nur so treu wie seine Optionen, wenn man hier ein bisschen zynisch sein möchte, aber an der Faustregel ist halt oftmals auch was dran, ja. Wenn du als Mann hier sehr, sehr viele Optionen hast, ja, dann musst du schon sehr in die Vernunft reingehen, dass du da dann nicht schwach wirst. Und das gilt ja auch bei Frauen, dass, wenn sie merken, okay, ja, man sagt ja im Englischen der Trade-off oder der Kompromiss, wenn ich jetzt zum anderen Mann gehe und er bietet in allen Bereichen mehr, dann kommt natürlich die Vernunft oder auch die Moral der Frau mit in die Entscheidungsfindung rein, aber es gibt trotzdem Tendenzen, dass sie schwach werden könnte. Und das ändert sich nicht, wenn man jetzt sagt, ja, ich hole jetzt die wahre Traumfrau vom Ausland her und wenn sie dann, vor allem das, was ich dann immer sehe, wenn sie dann trotzdem nicht die wahre Traumfrau ist oder die Qualitätsfrau, dann externalisiert man das auf irgendwelche Gründe, ja, ja, das war noch nicht, man sagt ja in den Fehlschlüssen, das war noch kein echter Schrotte, das war noch keine echte Qualitätsfrau, weil man es einfach nicht selber wahrhaben möchte, dass es da diese Verhaltenstendenzen trotzdem natürlich gibt. Und weil es natürlich auch bequem ist, wenn man da externalisiert und nicht halt sagt, ja, okay, man kann Frauen insofern halt vertrauen, dass sie Frauen sind mit den vorranggeschriebenen Dynamiken, weil, das ist so meine Ansicht, auch die heftigste Qualitätsfrau spürt diese Hübergaben in Zweifel, wie ich sie ja immer nenne. Und man kann als Mann schon viel machen, wenn man guckt, ja, beste Version seiner selbst werden, aber ich glaube nicht, dass es diese Allmachtsfantasie gibt oder halt hier diese Seelenverwandte, dass man nur eifer genug ist und dann sich hundertprozentig abschirmen kann, sondern dass es halt eher die Red Pill auch so eine Art Risikomanagement ist. Und das als lange Einleitung jetzt mit dem Burak, was er dazu sagt. Auch von meiner Seite, hallo, liebe Zuschauer, ja, heute machen wir Jagd auf Einhörner und Qualitätsfrauen. Und ich habe mich da ein bisschen auch auseinandergesetzt, so von wegen, was ist überhaupt eine Qualitätsfrau? Das ist ja auch eine Frage, die sehr, sehr relativ beantwortet werden kann, wenn man es einfach mal so in die Runde stellt. Für den einen ist es plötzlich das Optische, die Zehnerfrau, die einfach jeden Mann haben kann. Ein anderer sagt sich, nein, die muss einfach nur treu sein und da gibt es halt viele verschiedene Antworten. Ich habe mir das einfach so als Produkt vorgestellt. Was für ein Produkt hat eine gute Qualität? Und da geht es ja nicht wirklich um Preis. Also es gibt ja immer so bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn Qualität gut ist, dann ist ja so, dass man entsprechend auch mit den Preisen bereit ist, mehr zu zahlen. Und beim Produkt ist es so, wie wird mein Bedürfnis am höchsten abgedeckt? Wie kann ich das meiste rausholen, um meinen Mangel, mein Bedürfnis abzudecken? Und das ist natürlich sehr interessant, weil die Bedürfnisse von Menschen, die verändern sich. Wenn du jung bist und ich sage jetzt mal noch nicht so diese Optionen hast als Mann und nicht bei den Frauen landest, weil es einfach hinten und vorne fehlt. Das Aussehen ist noch nicht männlich genug. Du bist noch nicht ausgewachsen, trainierst vielleicht erst seit ein paar Monaten. Geldbeutel ist ziemlich schlanke und karrieretechnisch hast du auch noch nichts aufzuweisen. Das sind alles Dinge, die einen Mann ausmachen, beziehungsweise ihn interessant machen als Versorger, als Beschützer. Und das hast du jetzt nicht zu liefern. Und jetzt, welches Bedürfnis hast du in dem Moment? Und das ist einfach nur vielleicht die Befriedigung. Da muss jemand hin, was mir meinen Wert gibt. Wenn du selbst in dir den Wert nicht spürst, dann willst du geliebt werden. Und dann kommen biologische Bedürfnisse, wo du sagst, ich will jetzt mehr wie kuscheln. Und wie du das vorher auch richtig gesagt hast, das ist so ein Denken. Wenn du dann aber plötzlich in die Fülle kommst, eben so Qualitätsmänner, die dann ganz viele Optionen haben, weil sie genau diese Checkpunkte auch alle abgehakt haben, bei denen ist es jetzt so, dass sie dann sagen können, ich wähle mir unter den Frauen die qualitativ beste aus und bei denen ist es unter Umständen so, dass sie sagen, okay, die beste Qualität für Sex hole ich mir hier, die beste Qualität für Partnerschaft hole ich mir hier, die beste Qualität für Dienstleistungen oder sonst irgendwelche Sachen hole ich mir hier, weil die Optionen halt nur da sind. Wir suchen ja alle so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ja, das heißt, der Mann muss alles können und die Frau andererseits soll natürlich auch die Virgin Whore, sag das bitte auf Deutsch, Jungfrau, Madonna, irgendwie so, nein, irgendwie, ach, du kannst es besser. Und die unbefleckte Dirne sozusagen, also dass sie eine sehr, also dass sie im Bett rückwärts Haltos macht, aber trotzdem vorher eigentlich Jungfrau war. Das ist sozusagen dieser Traum. Genau, genau, das ist genauso wie der Supermann, der gleichzeitig aber der Clark Kent ist, ja, der nur gezähmt wird durch diese Frau, die dann ihn findet und komischerweise soll er dann trotzdem noch interessant bleiben, als Clark Kent, das haben wir auch schon oft zu hören bekommen, dass das nicht wirklich funktioniert. Ja, meiner Meinung nach ist es ja so, dass eben Bedürfnisse ändern sich und entsprechend ist es auch so, dass man flexibel sein muss und vielleicht auch ein bisschen eben zuerst an sich arbeitet, diese Exzellenz sucht, das heißt sein Potenzial maximiert, bis dass man auch irgendwo vernünftig entscheiden kann. Und ob es eine vernünftige Entscheidung ist, dann zu sagen, ja, in Deutschland, in der Schweiz, da gibt es keine qualitativen Frauen, das können wir gerne jetzt ausdiskutieren. Ich würde vielleicht den Ball jetzt wieder zu Dir zurückspielen, um zu sagen, ja, was ist denn für Dich eine qualitative Frau? Ja, also zuerst will ich, weil ich spüre immer schon die, wie soll man sagen, die Blutpiller, die dann sagen, ja, ihr seid ja Schweine, also wie ihr da die Frauen objektifiziert und so. Aber da muss man einhaken, weil du halt vorhin gesagt hast, ja, du hast eine Frau für den Spaß, dann eher eine, die halt für Beziehungen in Frage kommt oder halt auch Dienstleistungen oder, ja, keine Ahnung, emotionale Redebedürfnisse. Dabei haben Frauen das ja von Grund auf, auch wenn sie natürlich nie das zugeben oder selten, aber wenn du das mal beobachtest, wie Frauen ihre Männerfreunde auswählen, dann hast du ja diese Dynamiken, ja, der ist so der Booty Call, wie es im Englischen heißt, der andere, den hättest du gerne in der Beziehung eher drin und wie der andere, die sind halt dann da, wenn sie irgendwie Möbel packen muss, du kannst mir da helfen. Und das ist ja dann trotzdem in der Realität vorzufinden, die mögen dann halt nur nicht diese Beschreibung, die es dann halt so runterobjektiviert, aber trotzdem sind ja die Frauen die natürlichen Platespinner, also die halt auch diese Männer durchwechseln. Und Männer müssen sich ja da, wenn sie das eben haben möchten, erst hinarbeiten. Das ist ja auch dieser klassische Graph beim Tomassi, der müsste ja eigentlich bei den Männern so gestrichelt sein, weil der Marktwert kommt ja nicht mit der Spitze bei 34, 35 oder wo man den jetzt auch festmacht, sondern der kommt ja beim Mann nur, wenn er reinackert, wenn er also ins Fitness geht für den Körper, so viel er das kann oder halt auch Geldbeutel maximiert. Das ist ja auch so eine wichtige Komponente. Aber um da jetzt auf diese Qualitätsfrau zu kommen, da bin ich halt auch so, wie es der Tomassi ja gesagt hat, ja, es gibt keine Qualitätsfrau und es gibt gute Partner, die eben mehr kompatibel sind und es gibt schlechtere Partner, die eben weniger kompatibel sind. Und ich denke, das ist eine sehr gesunde Sichtweise. Egal, ob man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt MGTOW und möchte nur ambulante Aufnahmen für kurzfristigen Spaß oder wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt Gott bewahre heiraten, also auf gar keinen Fall, aber eine Langzeitpartnerschaft, dann muss man halt da gucken, was hier eben passt. Und für mich ist die Präferenz, denke ich mal, was viele andere Männer auch haben, dass sie vor allem kein extra Kopfweh macht. Weil wenn man hier auf seiner Mission ist, möchte man nicht nochmal eine extra Baustelle, wo es dann immer wieder Konflikte, Streit oder was ich auch kenne in manchen Beziehungen im Umfeld, dass es dann in so eine komische Wettbewerbssituation geht. Ich sage dann immer als Spaß, ja, die Freundin hat Penisneid, weil sie ja dann versucht dauernd so, ach, ich muss mehr Karriere als mein Partner, weißt du, so ein Wettbewerb, wie es müssten sie so Sprintrennen, wer ist jetzt mehr Arbeiten, währenddessen du das ja nicht auf einen Nenner kriegen kannst, wenn du dann eine Beziehung hast, vor allem dann später. Ich rechne dann halt auch vor, okay, was passiert, wenn ihr Kinder habt? Dann wird dann darum gekämpft, dass das irgendwie schnellstmöglich ist und ein Haustier in die Kita geschoben wird, damit beide wieder ja Karriere machen können. Und das ist für mich persönlich wichtig, dass es hier halt, ja, Tendenzen gibt, dass man dann nicht diesen ewigen Stressfaktor Frau hat, sondern eher diese Kooperationsfähigkeit. Und natürlich, dass es halt, wie ich ja immer sage, nicht zu viele vorangegangene Leichen im Kofferraum der Partnerin gibt. Wenn man dann sagt, okay. Bungas. Ja, schon, weil das ist halt auch immer so. Was ich gesehen habe, woher sollte es denn kommen, dass eine Frau jetzt plötzlich aus dem Nichts die Kompetenz für Beziehungen herauszaubert, wenn sie doch die letzten fünf Jahre nonstop wöchentlich quasi schon überspitzt jetzt den Partner gewechselt hat, ja. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich dann, wenn ich sage, okay, Langzeitbeziehungen, dass das eben ein wichtiger Faktor ist. Und halt auch die Oberflächlichkeit, in Anführungszeichen der körperlichen Ertüchtigung, dass sie halt dann nicht, ja, wie soll man das jetzt sagen, sehr aufgeblasen ist durch die Ernährungsformen. Weil daran siehst du ja oftmals, was darunter liegt. Ja, Frauen, die mehr essen und so weiter, machen die das, um das Psychologische ein bisschen zu verarbeiten. Und dann sieht man da schon immer so, okay, schwierig. Und das sind eigentlich, was ich oftmals raushöre, diese drei Sachen bei Männern, dass sie kooperationsfähig ist, den Körper pflegt, das Aussehen hat und einfach diese Treue dann erfüllt, wo man dann schon auch irgendwo sieht, ja, die Männer haben ja verhältnismäßig wenige Ansprüche in dem Durchschnitt im Vergleich zu den Frauen, die dann, wenn du dann fragst, vor allem später, wenn sie auf Langzeitpartnersuche gehen, die Liste erstmal von hier bis zur großen Mauer von China hingeht. Interessanterweise ist so, ich habe letztens ein deutsches Interview gesehen. Ich mag mich nicht an den Typen erinnern, der die Interviews auf der Straße macht. Das ist so ein 1,95 Meter großer Model und kann super gut flirten. Und alle Frauen sind gleich mal so hin und weg, wenn der was fragt. Und er hat die Frauen gefragt, wozu brauchen Frauen überhaupt Männer? Und das war sehr faszinierend, weil circa 95 Prozent aller gefragten Damen in diesem Video gesagt haben, wir brauchen keine Männer. Tatsächlich. Also, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht, Kuscheln kam oft mal vor, aber die meisten haben gesagt, ja, eigentlich brauchen wir keine Männer. Und mit dieser Haltung ist es halt sehr schwer, überhaupt eine, ja, die Erwartung zu befriedigen. Wenn die Frau sagt, ich kann alles selber, dann wird es schwierig. In der Realität ist es aber so, dass die Frau halt entsprechend sagt, okay, der hat schon verdammt viel, was er da in der Strichliste liefern muss. Besonders halt, wenn sie selbst in ihrer Kraft ist und in der Fülle ist, ist sie eben genau die, die halt auch entsprechend aussucht. Wie du das auch richtig gesagt hast, ist es so, dass Frauen natürliche Tellerträger sind. Sie jonglieren mit den Männern, aber sie sehen das nicht als solches. Es gibt immer einen Typen, den man anruft, wenn der Laptop nicht so tut. Dann kann man sagen, hey, Hans, Horst, kannst du mal vorbeikommen? Bitte, bitte, schau mal nach. Und der Horst macht das natürlich, weil er so ein netter Typ ist und sich gar keine irgendwie Gedanken darüber macht, ob er mit dir eine Chance hätte, wenn er Computer repariert. Und dasselbe hat sie dann beim Umzug, dasselbe hat sie auch dann, wenn sie mal essen gehen möchte, ist es auch selbstverständlicher, dass der Mann den Versorger rausfährt. Auf der anderen Seite wurden auch die Männer gefragt und Männer waren unglaublich, ich muss schon sagen, in diesem Video sehr feminisiert. Also bei denen ging es dann darum, wir sind da, um die Frauen zu lieben. Das ist so ein Wort, wo ich gar nichts mit reininterpretieren kann, weil du da wirklich alles reinpacken kannst. Unterm Strich ist es so, wir haben, ich sage jetzt mal, biologische Grundbedürfnisse, Sexualität. Was aber auch mit der Zeit, mit derselben Frau oder mit demselben Mann unter Umständen halt den Reiz verliert. Eher für den Mann als für die Frau. Denn die Frau hat nicht so den Aspekt, dass sie diese Novelty regelmäßig einen neuen haben möchte, aus einem ganz einfachen biologischen Grund. Sie kann nur alle zehn Monate schwanger werden. Und deswegen ist es so, dass sie sich den Besten aussucht, mit dem sie diese Gene teilen möchte. Bei Männern ist es so, dass sie täglich mehrere schwangeren könnten. Aber eben sperm is cheap, eggs are expensive. Deswegen muss er schon mal irgendwo sehr weit angekommen sein. Also ich, für mich, die Qualitätsfrau, wie du das auch vorher erwähnt hast, ist zum einen, dass sie die fruchtbarsten Jahre, das ist ja die Qualität, das will ich ja, ich will die fruchtbare, gesunde Frau, zum Höhepunkt bietet. Das Zweite ist dann entsprechend auch so diese gewisse emotionale Stabilität, dass sie nicht im Kampf ist mit mir, dass sie im Wettbewerb ist, mich Mann sein lässt, damit ich sie Frau sein lassen kann. Das gibt eine schöne Polarität, partnerliche Aufteilung, keine Verwirrung, was jetzt gegenseitige Verpflichtungen angeht. Wir können es schön teilen. Und der letzte Aspekt, das ist mir unglaublich wichtig geworden und ich habe es wirklich auf die harte Tour gelernt, das ist der Frieden. Ein Mann, der Qualität hat. Also wenn du wirklich die Zeit nutzt, um zu sagen, okay, ich habe an mir gearbeitet. Die Zeit ist nicht einfach nur mit Daumendrieben vorbeigegangen, ich habe ein bisschen was für meine Gesundheit gemacht, für die Geldbörse, für meine Karriere, für mein Netzwerk etc. Dann passiert das nicht einfach so ohne Widerstand. In der Regel ist es ständiger Krieg für den Mann, der sich da nach oben kämpfen muss. Und wenn du dann da oben bist, dann willst du nicht noch zu Hause kämpfen, dann willst du Frieden. Dieser Aspekt ist der Nummer eins Beziehungsaspekt für Männer. Beziehungsaspekt. Wenn es um Sex geht, ist es einfach. Da wissen alle, wie man eigentlich spielen muss. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil das kommt dann oftmals, dass dann ab und zu die Frauen auch kommen und sagen, ja, aber die Frau, die hat ja auch Ambitionen und die möchte ja auch was schaffen in ihrem Leben. Die möchte ja auch einen Sinn haben. Und die kann ja genauso in der Arbeit heftig kämpfen. Aber das Problem dabei ist ja, dass die Frauen daten wie der Hans Guck in die Luft. Die schaut ja immer bei den Männern nach oben in der Pyramide. Und wenn sie jetzt wie in deinem Beispiel jetzt genauso performt oder arbeitet, dann ist sie ja weiter oben in der ökonomischen oder sozialen Hierarchie. Und irgendwann findet sie weiter oben dann nicht mehr den Mann, wo sie dann sagt, okay, passt. Weil das eben selten der Fall ist. Da habe ich letztens auch so ein Hörbuch gehört von so einem Frauendatingcoach. Das fand ich dann interessant. Der hat in seinem ersten Buch nämlich die Frechheit schon gehabt, vorzuschlagen, dass die White-Collar-Frauen, also die halt diese ganzen höheren Jobs machen. Ärzte, Anwältinnen. Richtig, ja. Dann vielleicht mal irgendeinen Blue-Collar-Mann zu nehmen. Und das sind die Frauen dann auf die Barrikaden gegangen. Ach, wir wollen doch nicht im Englischen settle for less oder uns mit weniger zufrieden geben. Und das ist ja dann eine Diskrepanz, die dann eintrifft, auch wenn das die Frauen nicht sehen. Wenn sie genau so krass performt, schaut sie ja weiter nach oben, ist zudem ja älter und kann nicht wie ein Mann so daten, dass sie mit sozioökonomischem Status noch mehr Männer anzieht, wie das jetzt umgedreht der Fall ist. Und das wird dann oftmals nicht gesehen, wenn sie da dann mit dem Gleichheitswahn, wie ich ja immer sage, ankommen. Und auch immer sehr faszinierend. Und das Nächste, was mir vorhin noch eingefallen ist, ist es mir entkommen. Das müssen wir dann rausschneiden. Wenn Frauen, wenn Frauen, wenn Frauen letztendlich mit ihren, ich sage es mal, mit der Karriere punkten könnten, wäre Instagram voller Diplome und Abschlüsse und Doktortitel. Meistens ist das aber nicht der Fall. Sie wissen schon, wo, dass ihre Hauptanziehungskraft liegt. Das wissen sie schon. Und die wissen auch, dass Männer auf das schauen. Mich macht es jetzt nicht unbedingt geil, wenn eine Frau kommt und sagt, hey Baby, ich habe einen Doktortitel. Ist mir doch egal. Wenn sie sagt, ja, ich verdiene so und so viel Geld. Schön für dich. Die Sache ist, falls sie nach oben schaut, und ich habe persönlich einige Beispiele aus meinem privaten Umfeld. Das sind sehr erfolgreiche Frauen. Teilweise waren die in ihren Zwanzigern unglaublich attraktiv, aber haben halt diesen Skript verfolgt, wo sie sich immer weiter in der Hierarchietreppe nach oben gearbeitet haben und heute sind sie teilweise CEO oder Managing Director bei Großbanken, verdienen Schweinegeld, aber sind irgendwo halt nicht wirklich erfüllt. Denn nochmals, sie sucht den Mann aus, der besser ist wie sie selbst, überlegen ist. Sie will ja keinen Typen, der auf Augenhöhe ist und ganz bestimmt nicht jetzt einen Kundenberater für irgendwie Kleinkunden, weil sie selbst jetzt im Management oben ist. Geht nicht. Da sträubt sich alles in ihr. Und ich weiß, es wird jetzt vielleicht die eine oder die andere kommen und sagen, nicht alle sind so, aber wir reden jetzt wirklich über den Wald und nicht über einen Baum und alle Frauen in der Regel wollen einen Mann, der überlegen ist. Und bei der ist es jetzt so, dass sie fast schon aufgegeben hatte, diesen Typen zu finden. Die Sache ist, diese Männer gibt es und sie hat Zugang zu diesen Männern. Aber diese Männer wollen nicht eine Frau, die entsprechend die Qualitäten liefert, die der Mann selbst hat. Wieso auch? Das ist ja keine Ergänzung. Der Mann sagt sie, ich will einfach Peace. Ich will eine, die harmonisch ist, weiblich ist, den Haushalt schmeißen kann, das Soziale organisiert. Wenn sie zudem noch sehr gut aussieht, Jackpot. Das ist das, was immer so bleiben wird, ganz egal, ob jetzt die sozialpolitische Kultur versucht wird, das zu ändern. Das wird immer so bleiben. Männer werden immer Frauen als Sexobjekt betrachten und Frauen werden Männer immer als Erfolgsobjekte betrachten. Ja, voll. Das Problem, was wir da oftmals sehen, ist, dass Männer ja die Nachfrage bestimmen, aber Frauen tendenziell dazu neigen, gerne das Angebot so zu modellieren, dass auch die Nachfrage schlussfolgerlich von den Frauen bestimmt wird. Aber das geht ja schwer. Und das siehst du auch, diesen Doppelstandard, wenn du jetzt eine Frau auf Twitter zum Beispiel hast, die dann sagt, ja, ein Mann soll das können, ein Mann soll das können und das, das, das an den Tisch aufbringen. Dann Triple Likes und boah, ja, stimmt, voll krass. Aber sobald das mal ein Mann macht, wenn das mal ein Mann macht, ne, mit diesen Punkten, nur so drei, ja, die sollte ja vielleicht ein bisschen reservierter sein und du halt Ansprüche hast oder für dich individuell Frauenpräferenzen hast, dann kommt der krasseste Sturm der Entrüstung. Boah, du willst, dass die Frauen wieder zurück an den Herd kommen, wie so ein 1950er und lauter solche Sachen, die ja nicht gesagt wurden. und selbst wenn, wenn die Frau das möchte und der Mann, dann sollen die doch das so machen. Und zweitens, was halt auch die Schwierigkeit ist, für Frauen, die halt sagen, Karriere, Karriere und noch mehr Karriere und sich dann oftmals einreden, in diesem Datingbuch war das leider Gottes auch wieder so, dass sie dann immer die Frauen, finde ich auch nicht gut, dass man den Frauen immer den Hintern irgendwie mit Puder buttern möchte und die wie so Kleinkinder behandelt, dass sie dann sagen, ja, Männer, die euch in den 35ern nicht daten möchten, die haben bloß Angst vor starken Karrierefrauen. Das ist ungefähr, aber genauso, als würde man sagen, ja, Frauen, die den dicken, faulen Mann nicht daten wollen, die haben bloß Angst vor seinen Kurven oder so, weißt du, ich meine, das ist ja genauso bekloppt. und das ist dann oftmals aber ein Problem, weil sie dann halt auch, wenn die Männer hier dann diese Präferenzen haben, nicht in diese Kompromisse reingehen wollen, also die wollen eigentlich primär von Männern die ultimativen Kompromisse, 50-50, der soll Hausmann sein, aber wenn der Mann dann sagt, nee, mache ich nicht, dann hat sie halt Pech gehabt und zweitens, wenn er das macht, das ist ja auch ein hochgradiges Problem, wenn er die Anforderungen der Frau erfüllt, dann ist es ja oftmals 180 Grad im Gegenüberstehenden, was die Frau sagt, was sie möchte, aber wenn das dann eintrifft, dann fühlt sie nicht mehr die Anziehung, weil sie eben diese Entkopplung hat zu dem, was sie intrinsisch scharf findet, was sie halt, ja, erregt im Vergleich zu dem, was ihr dann gesagt wird und wenn sie das dann sagt, ja, ja, du, Augenhöhe, du machst jetzt hier Hausarbeit, dann siehst du eben, wenn du in die Statistik guckst, diese drastisch erhöhte Scheidung, primär durch Frauen ausgesprochen oder halt gar keine Lust mehr, dass sie dann sagen, ja, in dieser Studie von 2019, was ich irgendwann mal auch hatte, können wir auch dann unten in die Infobox packen, dass eben 58% der Frauen sagen, oder dass die Diskrepanz, dass der Mann im Durchschnitt 50% mehr verdient als die Frau und wenn das der Mann nicht macht, dann kommt es gar nicht zur Eheschließung, aber auf der anderen Seite beschwert man sich immer noch über den sogenannten Gender Pay Gap, weil es eben unterschiedliche Interessen dann gibt und das möchten sie auf, egal wer was macht, jeder soll das Gleiche bekommen, aber auf der anderen Seite beschweren sie sich dann wieder darum, ja, die Männer, die sind ja nicht mehr ökonomisch interessant und da kommen halt dann die Männer und sagen, okay, habe ich keine Lust drauf, entweder mache ich dann gar nichts oder ich gucke halt dann noch nach einer Frau, die dann hier in den Kompromiss gehen kann und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man dann, denke ich, halt in der aktuellen Zeit damit immer mehr Schwierigkeiten hat, weil es ist irgendwo, also, wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht, dann findet man es nicht. Ich glaube, es ist schon einfach, wenn man da viel mehr so rangeht, wie auch dieser Satz heißt, ja, du verlierst Geld, wenn du Frauen hinterherläufst, aber niemals andersrum, wenn der Mann halt sich auf seine Sache irgendwo konzentriert, aber trotzdem noch nebenher dann mal ein bisschen hier und da seine sozialen Fähigkeiten schult und dann halt primär mal guckt, ja, wie schaut es denn aus, wie du auch anfangs gesagt hast, ja, mit diesem Rotationsmodell, dass man mal guckt, was gefällt einem, weil das sehe ich auch immer als sehr schwierig an, dass man verführungsmäßig mal schaut, was geht, aber dann, sobald es nur ein bisschen klappt, die erst Beste nimmt und sich dann einredet, ach, zum Glück habe ich jetzt meine Qualitätsfrau gefunden. Frauen wollen nicht gewinnen, sie wollen einen Gewinner und diese Doppelmoral, die wir heute haben, die ist, weißt du, du kannst etwas so oft hören, dass du es nicht mehr hörst und wir leben seit gut sechs Jahrzehnten im geno-zentrischen Zeitalter, es ist die Art und Weise, wie man als Frau denkt und redet und ist, ist der goldene Standard und deswegen ist es so, dass wenn wir Dinge auf beide Seiten jetzt sagen, dann ist es so, dass die eine Seite dann wirklich aufschreit und sagt, das ist jetzt sexistisch, das ist frauenfeindlich. Machen wir, machen wir ein Beispiel. Jetzt nehme ich zuerst die Männer dran. Die Männer, die kommen nicht so wirklich in ihre Kraft. Mit 35 ist es nicht so, dass jeder Mann ein Qualitätsmann ist. Das bedeutet schon, du musst die Zeit genutzt haben, das heißt, entsprechend die Widerstände, die dir das Leben gegeben hat, angehen und entsprechend zum Problemlöser werden und dadurch halt dein Potenzial irgendwo maximieren. Danach gehörst du zu denen, die weniger Probleme haben, weil sie diese Probleme halt letztendlich angegangen sind und bewältigt haben. Das bedeutet, als Mann, wenn du wirklich attraktiv sein möchtest für die Frau, ist es von Vorteil, dass du die Dinge abdeckst, die Frauen suchen. Das heißt, du solltest idealerweise gesund und gut aussehen. Das zeigt, dass du Disziplin hast, dass du an was dranbleiben kannst. Du musst kein Bodybuilder sein, der jetzt Wettkämpfe reißt, aber zumindest zusehen, dass du jetzt nicht einen dicken Bauch vor dir schiebst und dann den Frauen die Schuld gibst, wenn du von denen nicht auserwählt wirst. Also eine gewisse Attraktivität, du musst gepflegt sein, darfst nicht stinken. Dann solltest du vielleicht Karriere machen, so gut es geht. Du kannst Karriere als Bäcker machen, du kannst Karriere als Logistiker, Spediteur oder Verkäufer machen. Das heißt, du musst den Drive haben zu sagen, wenn ich was mache, will ich der Beste in dem sein, was ich mache. Dann wirst du mit der Zeit auch entsprechend erfolgreicher. Ansonsten gehörst du zu der Kategorie Loser und da ist niemand anderes dran schuld. Gut, das war jetzt Fett weg für die Männer und die Männer werden jetzt denken, Recht hat er, stimmt, ich muss was machen. Jetzt für die Frauen. Wir schauen nicht da drauf, wie das ihr provided, also versorgt und Geld verdient und beschützt. Wir wollen, dass ihr uns euer Bestes gibt. Das heißt, wir sind dran interessiert an eurem sexuellen Wert und eurem Beziehungswert. Sexueller Wert ist, ich will dich, bevor dich alle anderen hatten. Und deswegen ist es so, dass ich nicht die Erfahrung machen möchte, von wegen, oh, die kann aber viel, die hat aber, weiß Gott, viel gelernt aus der Vergangenheit. Ich will es dir gerne beibringen. Bedeutet, dass du hoffentlich nicht irgendwie jetzt die Zeit damit genutzt hast, um so viel Karussell zu fahren wie möglich, sondern, ja, Jungfrau ist vielleicht übertrieben, aber nichtdestotrotz ist es statistisch gesehen so, dass Jungfrauen, die die tiefste Scheidungsquote haben, ist auch ganz einfach nachzuvollziehen. Unterm Strich ist es so, dass sie nicht viel Vergleichsmöglichkeiten haben. Wenn du Eiscreme essen gibst und ich gebe dir ein Vanilleglass Eiscreme, dann ist es so, dass du sagst, boah, ist das lecker und süß und gut. Aber wenn du jetzt Vanille von mir bekommst, aber in der Vergangenheit schon Kokosnuss, Erdbeere, Banane, Schokolade und alle anderen Sorten hattest, dann hat es nicht mehr den gleichen Effekt auf dich. Also wir wollen euer sexuell Bestes, deswegen ist es so, dass Männer primär, was das Optische anbelangt, von Frauen sich angezogen fühlen, die in ihren Anfang Zwanzigern sind. Das ist für die Sexualität. Und für die Beziehung ist es eben wichtig, dass wir die Führung halten wollen. Also wenn ich schon Kompetenz aufgebaut habe, will ich diese Kompetenz auch weiterhin leben. Das heißt, in der Beziehung will ich diese Führung aufrechterhalten, bedeutet, dass du kooperieren musst mit dem, was ich sage. Und da ist es nicht so, dass du sagst, ja, einmal komme ich und einmal machst du. Selbstverständlich hast du auch Mitspracherecht bei Entscheidungen, aber bei den wichtigen Entscheidungen. Also wenn es wirklich so Zweigstellen gibt im Leben, will ich die Entscheidung übernehmen. Ich rede jetzt für mich, aber wenn es irgendwie so ab und zu ein bisschen Ausflüge gibt, ist es in Ordnung, dass wir zusammen entscheiden, aber ich will diese Führung behalten. Und das ist grundsätzlich auch attraktiv für Frauen. Die wollen ja einen Mann, der weiß, was er möchte. Und wenn er weiß, was er möchte, dann solltest du dem nicht jetzt dem sagen, ja, aber jetzt sage ich dir, was du gerne möchten solltest. Und wenn ich jetzt den Frauen sage, wir schauen darauf, dass ihr uns keinen Stress macht und sexy aussieht und jung seid, dann ist es so, dass die Frauen, die halt nicht jung sind, schon ganz, ganz viel Erfahrung mit anderen Männern gemacht haben, vielleicht Single-Mütter sind oder Karriere gemacht haben, jetzt auf den Pranger gehen. Anders wie die Männer, die ich vorher runter gemacht habe, mit dem, ich sage es mal mit anderen Worten, aber auf die gleiche Art und Weise ist es so, dass sie jetzt sich angegriffen fühlen. Und das ist diese Doppelmoral. Ihr müsst einfach verstehen, Männer und Frauen sind anders und haben andere Bedürfnisse. Ihr lebt das aus, wollt aber zusätzlich nur im schweizerdeutschen seid mal vollviertel und wegli. Das heißt, ihr wollt alles. Im Grunde genommen, also, viele Frauen sagen sich einfach, ich habe viel, aber will halt entsprechend alle Möglichkeiten haben. War das jetzt mein Rent? Voll, ja. Also, ich habe mir noch ein paar Sachen notiert, was ich auch so interessant finde, weil wir können sagen den Frauen, hey, der Mann will führen und eigentlich finden das ja viele Frauen auch interessant. es ist ja immer so eine Ambivalenz, ja, sie wollen ja im Berufsleben nicht wie ein Kind behandelt werden oder irgendwie, dass es dann halt, ja, komm, du weißt schon nicht, was Sache ist. Da wollen sie die Augenhöhe und da ist es ja auch richtig, dass man dann halt wirklich den Teampartner so, wenn man jetzt ein Arzt ist, nicht, dass man dann die Ärztin irgendwie sagt, ja, du, ach komm, ich weiß es besser, weil ich Mann. Aber im Beziehungskontext faktoriert ja immer diese Anziehung mit rein und sehr häufig finden das eben Frauen sehr interessant, wenn der Mann proaktiv führend ist und halt weiß, was er möchte, wie du ja gesagt hast. Aber zeitgleich ist es ja oft meist auch ein Test, ja, dass man als Frau diese ewige Neurose hat, ist er wirklich der beste Deal, den ich kriegen kann und wo dann halt immer diese Prüfungen rauskommen, ist er jetzt wirklich noch proaktiv am Führen, weil die Frau macht es ja irgendwie auch unbewusst, dass er hier diese Tests raushaut, um eben diese Prüfung beim Mann zu machen und wenn er, und ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass die Frau so weit reflektiert, ja, er möchte jetzt führen, sondern der Mann muss ja auch dann den Frame halten, den psychologischen Rahmen, nicht, dass er dann sich selber auch betaisieren lässt, was ja da oftmals dann auch der Fall ist und das ist ein Punkt, denke ich mal, den die Männer auch primär verstehen müssen, unabhängig von dem, was die Frauen sagen, weil die Frauen machen ja trotzdem diese Tests, egal, auch wieder, da habe ich gelesen, ja, wenn dann nur eine Qualitätsfrau, die keine Tests macht und dann, da habe ich immer gesagt, sowas gibt es nicht, weil Frauen einfach immer testen müssen, weil sie halt da gucken, okay, ist er dieser Ding und das nächste vorhin mit den Männern, das finde ich ja so faszinierend, wie wir in unserem ersten Gespräch hatten, ja, diese transformative Kraft, auch mit der Red Pill, dass ich da voll dabei bin, dass sich die Männer halt auf ihren Körper fokussieren und halt auch schauen, dass sie aus ihrem Leben was machen, ich finde es nur immer dann wichtig, dass man dann auch den Männern das erkenntlich macht, dass sie das nicht primär machen, um der Frau zu gefallen, weil sonst machen das die Männer, okay, ich gehe jetzt ins Fitness, um die Qualitätsfrau zu haben oder ich mache jetzt einen Beruf oder ich wähle einen Beruf, nicht primär, weil das meine, wie soll man sagen, Erfüllung anstrebt, sondern, dass man dann halt irgendwie sowas wählt, weil sie halt dann wissen, okay, da bin ich ganz weit oben im Status, um wieder Frauen zu gefallen. Ich würde schon sagen, also, dass man es primär macht, seiner Selbstwillen, also wegen der mentalen Gesundheit auch, das ist ja auch so ein Ding, wenn du einen Job wählst, der dich erfüllt, der dann halt als Nebenverdienst auch Status und Co. einherbringt, das sollte das Ziel sein und das ist ja dann oftmals auch eine schöne, wie man ja sagt, die Kirsche auf der großen Sahnetorte, Gelegenheit, dass es dann halt auch Frauen anzieht und ich denke, es ist noch mächtiger, wenn man das halt, man weiß halt nie, wie unbewusst es dann ist, okay, macht man selbst das, um Frauen wieder zu gefallen, aber ich denke, das ist halt, wenn man ein Spektrum schaut, von 0% bis 100%, immer besser, wenn man sagt, ja, ich mache das jetzt nur für mich selber und Frauen sind dann optional, weil dann bist du viel freier und nicht so bedürftig, was ja dann oftmals damit einhergeht, weil sie dann denken, okay, krass, ich muss jetzt das, das, das machen, nur unter diesem Leistungsaspekt, wie ja auch aus diesem Interview, was ich so krass finde, dass Männer ja immer versuchen, der Frau zu dienen, weißt, also diese, wie du gesagt hast, die weiblichen Damen, äh, weiblichen Männer, die interviewt wurden, die sehen dann ihr, ihre Existenz, Absicht, ja, wie kann ich es jetzt der Frau noch besser machen und die Frauen haben aber trotzdem, wenn du sie selber fragst, ja, ich möchte Karriere machen, ähm, ich möchte das für mich machen, aber die Männer schauen dann immer, okay, ich mache es auch für die Frauen, aber das ist eine politische, sorry, dass ich unterbehebe, das ist eine politische Bewegung, die halt mit dem Feminismus herkommt, also letztendlich wird den Männern, äh, gesagt, sie sollen leben für die Frau, entsprechend, ist es natürlich so, dass wenn sie die Frau haben, der ganze Antrieb dann flöten geht, unter Umständen, jetzt hast du ja das Ziel erreicht, wieso sollst du jetzt weitermachen, äh, und Männer, die halt einfach ihr Potenzial maximieren wollen, die hören nicht auf, die hören, die machen weiter und das bedeutet, sie streben Macht an, und das heißt, diese Macht muss auch irgendwo herkommen, kann auch bedeuten, dass andere die Macht haben, diese Macht teilen müssen und, äh, das ist nicht wirklich gewünscht, starke Männer sind, äh, nicht gewollt in der, in der heutigen Gesellschaft und bei den Frauen ist es so, die sollen natürlich zu Männern werden und entsprechend, äh, weiter den Konsum vorantreiben und, äh, zusehen, dass, äh, Steuereinnahmen hochbleibend sind, das hat eine politische, ähm, ähm, äh, äh, dahinter. und die Männer, die, die, die müssen ja, letztendlich, jeder Mann versteht das und wir finden es auch geil, als ich früher so Rocky und diese Kung-Fu-Filme geschaut habe oder, äh, Karate-Kette, das ist immer dieselbe Heldenreise, du, du, du kannst nichts und dann kommt ein Meister, der gibt ein Paar auf den Deckel und mit der Zeit ist es dann plötzlich so, dass du kompetenter wirst, das ist das, was Männer eigentlich glücklich macht und wenn du letztendlich an einen Punkt kommst, wo du nur eine Frau glücklich machen kannst, sehr egoistisch und sehr kleinkariert gedacht, du hast ja Fähigkeiten, um eine ganze Gesellschaft, um eine ganze Nation, die ganze Menschheit zu bereichern, wenn du an deiner Mission dran bleibst und das ist ultra attraktiv für eigentlich jeden Menschen, solche Lieder suchen Männer, gibt es aber leider immer weniger und solche Männer sind natürlich sehr attraktiv auch für die Frauen. Bei Frauen ist es so, wenn die jetzt in der Karriere aufgehen, schau, wenn du das machen möchtest, bitteschön, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, Frauen dürfen nicht arbeiten, sollen sie, aber es gibt halt harte Konsequenzen, zum einen ist es so, dass die Frauen selten gewillt sind, sich ja in den oberen Etagen Machtkämpfen auszusetzen, da geht es nicht irgendwie locker zu und her, da werden die Ellenbogen ausgefahren und dann ist es scheißegal, ob du jetzt eine Vagina hast oder nicht und es zeigt sich halt, dass Männer da viel unangenehmer sind, was die Persönlichkeit anbelangt, als Frauen, wenn es darum geht, sich selbst und ihre Interessen durchzusetzen. Also viel Spaß, wenn du da Karriere machen möchtest, wirst du gegen deine Weiblichkeit kämpfen und das ist das weitere Problem. Frauen, die heutzutage in der Gesellschaft eingegliedert werden als Arbeitsbienen, bei denen ist es so, dass sie ja hauptsächlich im Berufsleben mit maskulinen Attributen punkten. Wenn du im Beruf tätig bist, dann wird von dir verlangt, Fokus, Zuverlässigkeit, Durchsetzungswillen, eine gewisse Art von Aggressivität, du musst ja Ziele erreichen, das sind mehr oder weniger alles maskuline Attribute. Wenn du da hingehst und sagst, ich bin einfach sozial, liebevoll, ausgeglichen, also das hilft nicht unbedingt im Wettbewerb, in der freien Marktwirtschaft. Das bedeutet, du lässt ein Stück Femininität mit der Karriere, was du machst und du nimmst das auf, das färbt ab und nimmst das natürlich auch mit in dein Privates, wo das Soziale dann gepflegt werden sollte und hast maskuline Attribute. Du kannst nicht einfach den Hut ablegen und sagen, ach, jetzt bin ich eine liebevolle Frau, die gar nichts abbekommen hatte da draußen. Das färbt ab und das hat dazu geführt, dass wir heute eine Gesellschaft haben, die ziemlich, was Beziehungen anbelangt, sehr verwehrt ist. Es funktioniert nichts wirklich. Wir haben eine Hook-up-Kultur, Ehen sind so, ja, nice to have, man muss ja Kinder haben oder die finanzielle Verantwortung miteinander teilen. Funktioniert nicht. Die meisten Ehen werden geschieden, die, die noch zusammenbleiben, sind zum Bruchteil noch glücklich und geschweige denn haben Sex bis ins hohe Alter und wenn wir heute nicht dem Ganzen irgendwie an den Grund gehen, und vielleicht die eine oder die andere oder den einen und den anderen da raus retten, dann sind wir verloren. Es wird nicht besser. Ja, also voll, aber ich denke trotzdem, um nochmal auf den Ausgangspunkt, ja, es sind natürlich monetäre Interessen dabei, dass es sowas gibt. Ich habe da auch so ein Buch da, das heißt Subverted, da geht es genau darum, dass man eben damals, vor allem mit Cosmopolitan und Co., die Frau als komplett neue Marktgruppe identifiziert hat und dann gesehen, Moment mal, wenn wir jetzt hier diese Frauenbewegung ein bisschen durch Marketing beeinflussen, dass sie eben, ja, free Sex und so weiter anstreben und keine festen Beziehungen und auch Karriere machen, dann haben wir ein komplett neues Marktsegment und das hast du ja heute, es gibt, man sagt ja auch die Chiconomy, weil die Frauen ja die krassesten Konsumenten sind, also jetzt nicht in diesem Weltverschwörungsding, wie manche dann auch woanders immer sagen, sondern ganz banal aus dem monetären Interesse, okay, hier, die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, die tun jetzt hier ein bisschen Marketing, Sex in the City Lifestyle aufpumpen und dann fahren die uns die Kohlen rein und das finde ich halt auch interessant, aber dass es halt auch immer mit der menschlichen Biologie immer so einhergeht, weil ich merke das ja bei mir selber, dass man immer noch diesen Beschützer oder dass man oft meist, wenn jetzt eine Gefahrensituation da ist oder eine Frau weint, dann achtet man dann unbewusst, wenn man ein bisschen selbstreflektiv unterwegs ist, viel schneller drauf, oh, da weint eine Frau schnell, was ist da passiert oder du bist in den ersten Momenten so einem Schock drin oder halt auch diese Beschützer-Dynamiken. Man sagt ja immer, Männer interessieren sich für Frauen und Frauen interessieren sich für Frauen oder eben Kinder und dieses Grundbaustein-Ding faktoriert ja dann auch mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung rein, weil, um es jetzt mit Computersystem irgendwo zu vergleichen, weißt du, du kannst ja auf einem PC nur eine bestimmte Software installieren, weil andere Programmierungen einfach dann nicht mit der Hardware Hand in Hand gehen und ich denke mal, das ist halt auch so interessant und da halt auch wieder an die Frauen diese Frage, wie du es ja vorhin auch umschrieben hast, ja, könnte man als Mann eben hier die Damen fragen, okay, was hast du mir anzubieten, wenn es jetzt um Langzeitbeziehungen gibt, was du nicht schon vorher einem Typen umsonst gegeben hast. Geschenkt hast du? Ja, schon. Von Kevin Samuels, das fand ich so genial, weil das ist so krass, wenn du da mal fragst, es ist ja dann oftmals so, dass es ja diese zwiespaltigen Sachen gibt. Der eine muss halt, oder der eine lässt das auch mit sich machen, dass er auf fünf Dates geht, um dann vielleicht mal Busse zu kriegen. Ja. Währenddessen der andere irgendwo beim Feiern sofort kurzfristigen One-Aid-Stand hatte und da muss man dann halt auch fragen, wenn man als Mann sagt, okay, mit der möchte ich jetzt von der kurzfristigen Geschichte in die langfristige reingehen, was hast du wirklich jetzt hier mir anzubieten in dieser Dreißigkeit oder zumindest im Verhalten, was vorher nicht einer schon umsonst bekommen hat und viele Frauen finden auf diese Frage keine Antwort, weil sie eben gratis schon alles rausgegeben haben und der Beta-Versorger soll jetzt dann hier irgendwo auch der Depp vom Dienst sein, weil er dann einfach, um wieder die Markt-Thermologie zu nehmen, Preis-Leistung ist sehr viel schlechter geworden. Ja, ich habe das von Fresh & Fit jetzt abgegriffen. Da kam so diese Analogie, wo der Frau gesagt wurde, stell dir vor, du bekommst so eine Louis Vuitton-Tasche, ein ganz schönes Teil und bezahlst dafür 1000 Euro, das zeigst du deiner Freundin und die zeigt dir dieselbe Tasche und sagst, ja, ich habe das auch gekauft für 300 Euro. Dann denkst du dir, was, ich habe Tausender bezahlt. Dann geht sie in den Laden und sagt, hey, ich habe gestern diese Tasche gekauft für einen Tausender und dann kommt eine andere vorbei und die bekommt die Tasche für 100 Euro und sagt, was ist da los? Wieso bekommt die das für 100 und nicht für 1000? Dann sagt sie, ja, 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 es ist schon so, dein Preis sind 1000 Euro. Ja, dann ist das irgendwie so, fühlt sich, was, wieso ich, ne? Das ist bei Männern nicht anders. Ein persönliches Beispiel, ich hatte mal ein Date und bei diesem Date habe ich auch ein bisschen so gegamed und da wurde es ein bisschen hitzig und da habe ich gesagt, ja, ein Dreier muss schon sein, ne? Und dann hat sie gemeint, na, ist gar nicht mein Ding, mache ich nicht, ne? Dann habe ich gefragt, hast du das schon mal gemacht? Dann sage ich, ja, ja, ich habe es schon mal gemacht, aber eben nicht meins. Dann sage ich dir, aha, da hat es also jemand in deiner Jugend bekommen und jetzt sind die neuen Standards da und ich muss jetzt den Preis bezahlen, den ein anderer umsonst bekommen hat. Und solche Beispiele gibt es halt noch und nöcher, aber wenn man es halt auf die, ich sage jetzt mal, auf die Männerwelt umwälzt und das so quasi sagt, das ist nicht in Ordnung, dann heißt das sofort, das ist emotional natürlich was, nee, aber die Frau ist ja jetzt reifer und sie weiß ja, was sie will und was sie nicht will und die Vergangenheit zählt ja sowieso nicht. Schaut, wir Versorger, Beschützer, Männer, das bedeutet, ich gebe dir in einer Beziehung hauptsächlich meine finanzielle Stabilität und meine Zeit, das ist mein wertvollstes, meine Zeit. Von dir will ich nicht die finanzielle Versorgung, Zeit will ich auch, aber in dieser Zeit gibst du mir kein Geld, ich will die sexuelle Exklusivität, die Reinheit, ist das, was ich eigentlich wünsche und Peace of Mind, den Frieden und wenn du jetzt kommst und sagst, ja, nee, also warte mal schnell, die sexuelle Exklusivität, da habe ich ganz, ganz viele Leichen im Keller, tönt mich das unglaublich ab. Das ist nicht jetzt der Türke in mir, der so kein Selbstbewusstsein hat, es ist schlichtweg nur das, dass dein CV, dein Lebenslauf aufzeigt, dass du in der Vergangenheit keine guten Entscheidungen getroffen hast oder bei der nächsten sich bestbietenden Gelegenheit auch einen Wechsel gemacht hast, das ist Risiko für mich. Wenn ich jetzt in etwas investiere, in einem Mitarbeiter investiere, der schon so in der Vergangenheit Jobhopping gemacht hat, eine schlechte Entscheidung getroffen hat, bin ich schlichtweg für eine Beziehung nicht interessiert. Das ist nicht wirklich schwer nachzuvollziehen, kann ich mir vorstellen. Oder? Um da eben das auch für Frauen klar zu machen, ist es mir letztens passiert, da war ich mit dem Volkorn Jesus unterwegs und da waren halt auch an dem Ort mehrere Damen und der Volkorn Jesus, der möchte ja hier immer auch im Internet den Frauen die Red Pay näher bringen, was oftmals ein bisschen schwierig ist, weil es da halt ja diesen Appell an die Logik, ja, da gibt es bestimmte Probleme dabei, aber ein Beispiel, um dann halt auf die Frage von einer Frau zu antworten, hat sie gesagt, ja, warum ist es euch Männern denn immer so wichtig, dass man weniger vorangegangene Partner hatte als Frau und dann sage ich ihr, um mir das deutlich zu machen, ja, stell dir vor, du bist jetzt mit einem Typen zum ersten Mal in der Beziehung und ihr redet so ein bisschen miteinander und dann kommt so raus, ja, mit seiner Ex-Freundin, da ist er nach zwei Wochen auf dem feinsten Urlaub, Fünf-Stern-Hotel, Vollpension, Cocktails inklusive gegangen, hat es ihr dann auch als Geburtstagsgeschenk bezahlt, aber mit dir geht er nach einem Jahr Beziehung erst mal, ja, nur so ein Drei-Stern-Hotel, so lala, mit Frühstück lädt er dich ein und das kommt dann im Nachhinein raus oder zumindest, dass er, wenn er dich auf den gleichen Urlaub einlädt, schon mit zehn vorangegangenen Frauen den exakt gleichen Urlaub gemacht hat. Wie würdest du dich dann fühlen? Und dann macht es dann meistens Klick, weil das ist ja dann oftmals so diese primäre Einheit, was Frauen bei Langzeitaspekten schauen, ja, wie ist er jetzt der Versorger oder welche Beziehungserlebnisse macht er mit mir und bei Männern ist halt der Fokus, okay, welche sexuellen Erlebnisse macht sie jetzt mit mir und wenn du dann als Mann erfährst, dass der andere Typ schon beim ersten Mal XYZ bekommen hat und er bekommt nach dem fünften Mal nur den Seestern, wie ich ja sag, also nur dranflacken, dann ist es halt irgendwie, dann fühlt sich das so unfair an, wie bei dir dieses Beispiel mit der Louis Vuitton Tasche und halt auch für die Frau, wenn sie dann erfährt, okay, krass, mit mir geht er nur auf so einen zweitklassigen Urlaub oder er war mit mir schon hier, wo zehn andere Frauen wahrscheinlich im gleichen Hotelzimmer waren, dann fühlt sich die Frau ja genauso, wie soll man sagen, ungleich behandelt und daraus schlussfolgerst du ja auch implizit, okay, ich bin nicht wert, wobei man dann ja auch sagen kann als Mann, ja, du, weißt du, ich habe einfach den frugalen Lebensstil jetzt für mich entdeckt und möchte einfach kleiner treten und dann denkt die Klaus sich auch, ja, 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 ist schon recht, ich weiß schon Bescheid. Ja, das kann man doch nicht vergleichen, bitteschön, Klaus. Ja, schon. Das ist, das ist, genau das, es ist halt anders, wir betrachten, Dinge aus einer anderen Perspektive und natürlich ist es so, dass es immer so, wenn du in der Fülle bist, in deiner Kraft bist, dann ist die Versuchung sehr, sehr groß, auch da die Erlebnisse zu maximieren, ja, und entsprechend Erfahrungen zu sammeln und da ist es halt so, dass der Aspekt Moral so da rein spielt und das Shaming letztendlich, das war ja kulturell so, dass in der Vergangenheit es ein Tabu war, sich zu trennen in einer Ehe oder eben zu promiskutiv unterwegs zu sein, da wurde man auch dafür beschämt, heutzutage wirst du empowert, dass du Gas gibst und die Bad Boys datest und dann gibt es Lieder wie Wet Ass Pussy, also das geht voll in die Richtung, wo man sagt, hey, Frauen sollen nicht nur gleich sein, sie sollen Gas geben und einfach alles auskosten, was da gibt und da stellt sich die Frage, wenn die Moral schon flöten ist und im Westen nichts mehr zu retten ist, Thailand, Ostblock, ist da besser? Können wir dort einkaufen gehen? Das ist halt dann wieder diese Kernfrage, was ich dann halt mir stelle und zwar, wie wir es ja letztes Mal schon gesagt haben, ja, wenn du diese Damen in den Westen holen würdest, dann würden sie ja allein schon durch den Gruppenzwang zumindest teilweise da mitziehen wollen wobei das ja auch immer ein Doppelstandard ist, der Mann, wenn der promiskuitiv ist, oh, das ist immer ganz, das wird sehr schnell moralisiert, aber wenn Frauen das machen, dann ist es irgendwie total super und diese Doppelstandards, die werden ja auch dann sozial verstärkt und zweitens glaube ich nicht, dass du jetzt plötzlich im Ostblock fündig wirst, weil da haben wir wieder diese biologischen Aspekte, die bekommst du nicht so schnell raus, dass es ja auch irgendwie mit andockt, dass du diese Hookup-Culture, die ist ja auch irgendwo teilweise auch in den Frauen drin, dass sie halt dann anders rangehen, ja, deswegen kommen ja auch diese Poly-Beziehungen immer mehr, weil dann kann sie ja immer noch schneller den Next Besten haben, aber das Problem damit ist, habe ich mir vorhin gedacht, wenn man beim Asiaten isst und da esse ich sehr gerne, da gibt es ja immer leider Gottes Karten, die kilometerweit sind und dann weiß man nicht, okay, ist das jetzt wirklich das beste Essen, ist das jetzt das beste Essen und man hat dauernd diese Neurose, dass man dann halt das auch irgendwo auf die Männer oder halt auch die Frauen übertragt und ich habe immer das Problem mit diesen utopischen Konzepten, ja, irgendwo da draußen, da ist das Heiland oder hier diese Seelenverwandte und der Aufwand, nur um für eine Frau jetzt woanders hinzureißen, ist ja schon irgendwo eine aktive Betaisierung, wenn man so möchte, weil man richtet ja dann schon wieder sein Leben so weit aus, um primär nicht wegen anderen Dingen, okay, um jetzt mehr Steuern zu sparen oder was weiß ich alles, Länder zu wechseln, sondern primär, weil es da dann diese eine gibt. Aber die holen, man kann ja die Frauen jetzt per Katalog, kann man die jetzt dann aussuchen und sagen, ach, die sieht gut aus, Alter, stimmt auch, die hole ich mir, ja, gibt es ja auch. Ja, ich meine, du hast ja trotzdem dann da auch nicht diese bedingungslose Liebe, was sich dann Männer einreden, weil ich denke, man sagt ja immer, böse in dieser Männersphäre, dass es sogenannte Zierfische sind, dass man halt da diese exotischen Frauen irgendwie ranzieht, die dann ja angeblich anders sind, aber da ist ja schon ein impliziter Wert oder eine Bedingung, nämlich das Zahlen mit dabei und wenn du dann sagst, okay, willst du wirklich eine Frau in dein Leben ziehen, die jetzt ja, wegen Kohle rangekommen ist, im Vergleich, dass es vielleicht noch andere Konzepte sind, ja, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr versteht und das schwingt ja dann immer mit, dieser Geldaspekt und ich würde auch sagen, es gibt keine Beziehung, die bedingungslos ist, weil als ersten Schritt, damit Männer Frauen attraktiv finden oder Frauen Männer, gibt es ja schon Bedingtheiten, dass es da erst zur Anziehung kommt, ja, dass eben oftmals vielmehr das Äußerliche oder der sozioökonomische Status, was ich ja auch mal gemerkt habe, kennen viele von euch bestimmt auch, Burak inklusive, wenn eine Frau merkt, dass du von anderen Frauen gewollt wirst oder dass du halt sehr, ja, sociable in manchen Dingern bist und dann als, oh, der Typ ist cool, wenn du die Zustimmung der Gruppe hast, dann sind ja Frauen viel krasser dabei, dich auch interessant zu finden und das ist ja auch schon wieder eine bestimmte Bedingtheit, die nicht ganz auf wirklich, ja, sie liebt mich einfach so für mich, weil das eben einfach nicht so der Fall ist, wie man das gerne hätte und ich glaube auch nicht, dass es bei den Exoten der Fall ist, ja. Nein, also meine Ansicht dazu, dass man sich ja jetzt eine Frau aus Thailand holt oder Brasilien oder aus dem Ostblock, das ist ja ein Buffer, ja, das ist eine Strategie, um den Easy Mode zu spielen, weil eben an sich einredet, dass es keine einzige qualitative Frau gibt, unter Umständen ist es so, dass du halt nicht diese Anziehung hast auf die Frauen, die attraktiv, also dementsprechend, was du suchst, wie wenn du jetzt nach Thailand fliegst, weil in Thailand ist es natürlich so, da spielt die Geoarbitrage mit rein, dein Einkommen ist da natürlich viel, viel mehr wert und diese Frauen, die suchen dich jetzt nicht aufgrund von deiner Persönlichkeit aus, die versprechen sich ein besseres Leben und das ist ja der Hauptaspekt, was letztendlich dazu führt, dass sie sagt, okay, weißt du was, ob schon vielleicht die Kultur nicht stimmt, die Werte nicht stimmen, was unglaublich wichtig ist, damit diese Beziehung überhaupt hält, sagt sie sich, ich rette mich zumindest aus dem Loch, wo ich lebe und habe eine Chance, etwas aufzubauen in Europa und dann kommen sie nach Europa, auch wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, moralisch gute Frauen sind, gibt es ganz viele, ist es so, dass letztendlich sie sich da halt akklimatisiert und im Wesen ist sie eine Frau, sie ist hypergum, sie will den Besten, den sie haben kann und wenn sie dann merkt, dass sie den Loser an Land gezogen hat, der in Thailand zwar Kohle macht und erfolgreich ist, aber bei sich irgendwo in, weiß nicht, in Dirtico, in Stuttgart oder sonst wo halt jetzt unterdurchschnittlich ist, dann wird auch bei ihr diese Unzufriedenheit sich zeigen und die Shit-Tests werden anfangen, also diese Konkurrenzteste werden auch da anfangen. Ich habe zahllose Beispiele von Männern in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das an meinem Jahrgang liegt, aber da gab es wirklich eine Phase, wo sich ganz viele Männer Brasilianerinnen geholt haben und Brasilianerinnen, die sind sehr, sehr feminin, also diese Latinas, sie sind sehr feminin und das Problem bei sehr femininen Frauen ist, um die überhaupt einigermaßen in Schach halten zu können, musst du sehr maskulin sein und die Männer, die in der Regel diese Frauen holen, haben diesen Aspekt nicht, sonst würden sie nicht eben diesen, ich sage jetzt mal gemeinerweise, Beta-Move machen und outsourcen und auch da lass uns nicht alle in einen Top werfen, aber 80% kommen dann heftig auf die Welt, wenn die Brasilianerin hier sich connectet mit ihren eigenen Freundinnen und die dann dreimal in der Woche Party macht mit Freundinnen und Freunden und dir auf deinem Kopf tanzt. Das ist etwas, was vielleicht, falls ihr selbst Erfahrungen gemacht habt, liebe Zuschauer, schreibt dahin, wie eure Erfahrungen damit mit Männern und Frauen waren, die sich halt entsprechend plötzlich aus dem Nichts nach zwei Wochen mit einer Ehefrau aus dem Ausland gekommen sind. Sind das die Beziehungen, wo du sagst, boah, die haben aber Glück, das ist aber schön oder ist das eher so, dass das ein Pulverfass ist, was vielleicht schon explodiert ist? Ja, das ist auch so, ne, ich kenne auch einen Typen, also der hat eben einen guten Arbeitskollegen und bei dem war das genau so, der hat da irgendwie so eine brasilianische Frau geheiratet und mein Kumpel hat ihm dann gleich mal Rolo Tomasi 1 geschenkt zum Verlobungsgeschenk, weil er schon geahnt hat, oh, okay, weil er halt auch so blauäugig da rangeht und auch so angefangen hat, der Frau hinterherzuziehen und halt schon komplett in der Realität dieser Latina lebt, ja, die halt auch sehr temperamentvoll ist und der hat die Frau einfach nicht im Kreuz und das ist halt auch so ein Ding, dass wenn du der Frau hinterherziehst, dann bist du ja in ihrer Realität und oftmals verändert sich der Mann so weit, dass der Mann nicht mehr der Typ ist, in den sie sich ursprünglich verliebt hat, wodurch es dann halt zu diesen ganzen Problematiken auch kommt, also du, du kommst, ich denke mal, auch, auch dieser moderne Kampf, dass viele Männer da mitmachen gegen toxische Maskulinität und sei kein Mann oder was weiß ich, was es dann auch sein soll, ist, dass viele Männer einfach erhoffen, diese Leistungslast, die halt einfach irgendwo da ist, abzustreifen und das wird dann in diesem Hoffnungsfunken gesucht, okay, diese eine Frau, die möchte nicht, dass ich leiste, dass ich ein Human Doing oder ein menschliches Leistungswesen bin, mit der klappt es oder wenn wir endlich aufhören, gesellschaftlich Männlichkeit als toll anzusehen, dann fängt es auch bei Frauen an zu wirken, aber du siehst es ja weiterhin, die Frauen und die Männer, die ja da auf diese Entmännlichungstrompete pusten, sind ja dann vor allem aber auch diese weiblichen Damen, die da feministisch hardcore unterwegs sind, die trotzdem weiter die Männer wählen, die dann auch Rückgrat haben, die dann auch toxisch männlich sind, also anscheinend kannst du diese Anziehung auch nicht gesellschaftlich löschen und das ist halt dann auch so ein Ding, ne? Ja, das mit der Leistungslast ist schon ein Punkt, über das müssen wir ein anderes Mal ein Video machen, denn wann ist ein Mann ein Mann, ja, wann ist endlich genug und ganz zu Anfang des Videos habe ich ja von diesem Interview geredet, wo die Frauen sagen, wir brauchen keine Männer und das ist eine Tatsache, sie brauchen tatsächlich keine Männer, weil die Gesellschaft so aufgebaut wurde mit Männern, dass heute die Stabilität gewährleistet ist, also niemand muss sich großartig Gedanken darum machen, dass sie jetzt im Winter irgendwo erfriert oder verhungert, also unsere Grundbedürfnisse sind sehr gut abgedeckt, jetzt kommen wir so langsam in die sozialen und die individuellen Bedürfnisse hoch und da ist es halt so, dass wir nicht mehr wie in den 30er oder 40er Jahren abhängig voneinander sind, also tatsächlich abhängig, das heißt, wenn die Frau nicht da ist, ist die Reproduktion gleich null, dann Haushalt läuft gar nicht, du bist vereinsamst, mehr oder weniger und wenn der Mann nicht da ist, ist es so, dass die Frau letztendlich nicht die Stabilität hat, die finanzielle Sicherheit hat, sie hat nicht unbedingt ein Haus über dem Kopf und Essen auf dem Tisch, das war damals tatsächlich der Fall, wenn wir weiter zurückgehen in die Entwicklung der Menschen, noch bevor, dass es überhaupt die Ehe gab, war es viel natürlicher, dass die Rollenverteilung sehr, sehr klar war, ich denke mal, dass das so war, ich war selbst nicht mit dabei, aber damals war die Rollenverteilung sehr, sehr klar, auch ob schon jetzt einige da reinrufen werden, nein, die Frauen sind mit auf die Jagd gegangen, das zeigen Knochen, wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich ist es so, dass wir diese physische Entwicklung als Mann gemacht haben, wir sind das physisch stärkere, das resilientere Geschlecht, weil wir das nutzen müssen, um entsprechend etwas zu produzieren und das Produkt von Generationen von Menschen und Männern haben wir heute, wo wir sagen können, ja, wir haben gute Zeiten und diese guten Zeiten, die machen jetzt das nicht wirklich erforderlich, dass wir so diese Abhängigkeit voneinander haben und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, eben zu sagen, okay, der Mann, der muss zuerst mal 6% Körperfettanteil, so und so viele Muskeln und dann muss er studiert haben und 100.000 pro Jahr Einkommen generieren, die Messlatte liegt so verdammt hoch und wenn du irgendwann oben bist und ich kann behaupten, dass ich mich sehr hoch gearbeitet habe und wenn ich mir aber jetzt anfange zu vergleichen mit den noch erfolgreichen, bin ich immer noch nirgendwo und das kann schon dazu führen, dass man so Blackpilled ist oder eben die Migdaw-Schiene geht und sagt, weißt du was, I'm out, I'm out, ich mache das nicht mehr mit, obwohl ich da wahrscheinlich nicht dann so quasi diese Strategie des Feminismus erfahren würde von wegen toxische Maskulinität und das, das, das ist höchstens eine Strategie, um sich mit Feministen zu verkoppeln, aber ansonsten sehe ich das nicht. Aber eben, Männer, heutzutage haben es wirklich nicht einfach. Früher war es einfacher, gut genug zu sein und heute ist die Messlatte einfach enorm hoch. Ja, also ich denke halt, was ich da immer mitbekomme, also ich habe ja auch mehrere Migdaw-Zuschaue und ich sehe da nie so das Problem, dass die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt, ich kümmere mich jetzt um meinen Job und weil Migdaw sind ja nur, also die schließen ja diese Eheschließung aus, die feste Beziehung und andere Geschichten, was in diese langen Frist reingeht, aber es sind ja wirklich nicht solche Dinge, wo man dann sagt, okay, ja, ich bin jetzt komplett raus, aber, und ich finde es okay, wenn die das sagen, okay, Risiko in Deutschland ist es zu hoch wegen Kinder oder wenn du jetzt eine Frau aus dem Ausland herholst, zu hohes Risiko. Das Einzige, was ich manchmal auch mitbekomme, ist, wenn jetzt irgendein 19-Jähriger herkommt und sagt, okay, ich bin jetzt Migdaw, aber er sagt es nur als so eine Vermeidungsstrategie, dass er wirklich sagt, okay, er hat gar nichts mit Frauen zu tun und zwar, weil er dann sich diesen Dämonen, die er da hat, die erst dazu führen, Sozialphobie, andere Phobien und so weiter, als wieder so eine Art Buffer nutzt, weil er kann ja trotzdem Migdaw sein und kurzfristige Liebschaften haben, aber er sagt es dann, okay, ich bin Migdaw-Mönch, um jetzt gar nichts mit Frauen zu machen, aber in Wirklichkeit ist es eine Art Kompensationsmechanismus für Ängste oder für auch, ich meine, bei jungen Männern siehst du das ja auch, diese Leistungslast, das ist ja manchmal einfach eine Bürde, die sie sich dann auch selber auferlegen, ich muss noch krasser sein, ich muss noch, das sagt man immer bei den Frauen, mit dieser Body Positivity, aber bei Männern ist es ja auch krass, bloß da wird es nie so krass beleuchtet, du musst ja als Mann wirklich einfach leisten und dir wird gesellschaftlich nicht süßer Honig in die Ohren getropft und das sind ja schon Aspekte, die ja schon, also als Mann wirst du ja dadurch schon mehr geformt, du bist ja dann wirklich viel mehr geschliffen in diesem Aspekt und das ist halt schon interessant und ja, auch ein wichtiger Punkt mit dieser Leistungslast, dass Männer nicht ihren, oder auch mit dieser Frage, das ist ja immer so, dass man sagt, okay, ab wann ist ein Mann ein Mann, das wird ja dann oftmals, weil Männer vielmehr dieses Ehregefühl auch irgendwo in diesem Jetzt bin ich ein Mann haben, dass es mit Nützlichkeit verknüpft wird, dass man sagt, okay, oh, jetzt bist du der Frau mehr nützlich oder jetzt bist du der Gesellschaft mehr nützlich, jetzt bist du ein Mann. Im Vergleich zu dem würde ich aber schon sagen, es gibt schon was wie objektive Männlichkeit, aber das ist dann halt eher oftmals das Gegenteil von dem, was der Mainstream anprangert, weil Männer, die halt wirklich männlich sind, die lassen sich auch viel schwerer formen, die sind vielmehr auf konfrontationsfähig und auch eigene Interessen und das ist natürlich auch wieder gesellschaftlich ein Problem, wenn man bestimmte Ziele verfolgt, um es jetzt mal so vorsichtig zu sagen. Achtung, Achtung, nicht, sonst werden wir gelöscht, aus YouTube gelöscht. Wenn dieses Wort Mektar auffällt, sehe ich sehr oft Kommentare und da will man sofort auf schwarz-weiß, entweder ist man dafür oder dagegen. Ich lebe seit gut, mittlerweile knapp vier Jahren, fast schon zu 80, 90 Prozent im Mektar-Dasein. Ich habe immer noch Spaß daran und ihr könnt sagen, ja, das ist dein Ego, ist wahrscheinlich auch so. Ich mag es immer noch, Frauen auszuführen, einzuladen. Ich mag diese feminine Energie und in dem Augenblick lebe ich gern diese maskuline Energie aus. Das schließen im Grunde genommen die Mektars aus, sagen, ich mache nichts ohne irgendwie einen Gegenwert, gleichwertigen Gegenwert. Und das, was du gesagt hast, das ist genau der Punkt, den ich auch kritisiere bei Mektar, wenn man eine Identität daraus macht, nur um etwas zu vermeiden. Ich verstehe das. Als 19-jähriger Mann bist du von einer hohen Wand, du bist ganz weit unten, musst jetzt irgendwie kilometerweit hochklettern und das kann entmutigend sein. Nur du musst verstehen, dass dieses Klettern dich auch fähiger macht. Nicht für die Frau, für dich. Du lebst mehr, du erlebst mehr, wirst kompetenter und entsprechend ist es so, dass du halt expandierst. Und das ist eine tolle Sache, wenn du dann irgendwann oben bist oder zumindest so langsam an die Kante kommst, hast du sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstwert, weil das Klettern dir was beigebracht hat. Aber die, die halt zu früh aufgeben, das passiert halt aus einem Mangel raus. Wenn du nichts hast und sagst, ja, ich bin jetzt Minimalist, dann ist das keine Wahl. dass du hast, also du hast im Grunde genommen, du hast gar keine Wahl. Du bist ja schon Minimalist, aber wenn du sagst, ich habe ganz viele Dinge und habe mich dazu entschieden, Minimalist zu sein und gebe das Ganze jetzt ein bisschen weg, dann kann ich das nachvollziehen und sagen, gut, überlegt und entschieden, tolle Sache. Aber wenn du wirklich so zu früh dich für diese Schiene entscheidest, nur weil das irgendwie jetzt dich bestärkt, deine Identität bestärkt, am Ort, wo du bist, finde ich das eine gefährliche Entscheidung. Wäre schade, wenn du einfach Möglichkeiten nicht ausnutzst, die dich als Menschen eben entsprechend wachsen lassen. Das ist halt das Schöne, was ich halt finde, an der Allgemein, an dem ganzen Bereich, dass es halt Männern echt immer so, man kann Männer auch allgemein so mit Frauen irgendwie locken und sagen so, hey, guckt sie mal hier, Frau, Frau und so weiter. Aber dann, wenn sie dann herkommen, dann gib mir ihnen das Gesunde, den grünen Smoothie, dass sie halt wirklich sagen, ja, nutze den Ruf des Fleisches, wie ich immer sage, um dich zur besten Version deiner selbst hochzubauen im Vergleich, dass man einfach sagt, ja, oh ja, mein Mann sein ist es, oder man ist erst ein Mann, weil ich das ja mal geglaubt habe, wenn man so viele Frauen hatte und so weiter und das ist einfach nicht so und zweitens höchstens ungesund und drittens, was ich halt da auch noch finde mit dieser Identität, das, was ich bei den Amis auch nie kapiert habe, dass es da wirklich diese Lager auch gibt, dass man sagt, okay, ach ja, jetzt hat man hier die Pick-up-Artists und die Redpiller und die MGTOWs und die bekriegen sich jetzt und hassen sich gegenseitig, währenddessen, das ist für mich wieder so ein banaler Tribalismus, dass man, Hauptsache, es gibt einen Konflikt irgendwie, weil es so langweilig ist, keine Ahnung und ich finde es viel besser, wenn man sagt, okay, was passt am besten zu dem Mann, dass er in seiner, in seiner vollen Kraft steht, wenn jetzt einer sagt, okay, ich war zweimal verheizt, habe jetzt keinen Bock mehr auf den Kack, ich gehe jetzt MGTOW, dann soll der das genauso machen oder halt auch, wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte jetzt nochmal voll in Pick-up durchstarten, weil ich das ja bei mir selber gesehen habe, dass Pick-up einfach sehr viele Bedürfnisse auch irgendwie abdeckt, die oftmals im Mainstream nicht besprochen werden. Du hast ja durch Pick-up sehr, sehr coole, also ich habe durch Pick-up so coole Leute kennengelernt, das ist das Erste, weil dieses Mindset, ich möchte über meinen Tellerrand schauen, dort viel mehr vorzufinden ist, ja, du hast auch irgendwelche, wie man ja immer sagt, ach ja, das sind nur Psychopathen, die wollen nur Frauen haben, aber oftmals, wie ich das mitbekommen habe, sind es viel mehr Männer, die auch schüchtern waren und halt das überwinden wollen, sich den Ängsten stellen und da bildet sich dann irgendwie eine schöne Eigendynamik, die dann halt zeitgleich, komischerweise auch immer mit Unternehmertum und so weiter interessiert sind. Das weiß ich noch mit RSD, also die waren ja früher mal voll groß, die hatten ja in allen Städten immer solche Circles, so Inner Circles und da hat dann mein Kumpel immer in Bulgarien, wo wir waren oder in Budapest, richtig geile Leute rausgezogen und die waren halt, es waren halt nur immer gute Erlebnisse, weil die halt mental so geil aufgestellt waren, die waren pro Freiheit, Unternehmertum, all diese Dinge, wo ich mir dann halt auch dachte, das war halt ein krasser Mehrwert in Verbindung, ja, es waren halt primär, wo sind die Frauen, aber die Nebeneffekte, coole Leute kennenlernen, Erlebnisse sammeln oder halt auch diese Ansprechangst, die ja dann übertragen aufs ganze Leben, die ja sehr viel Mehrwert bieten, dass man das als Entwicklungsschritt auch mitnehmen sollte oder zumindest mal überlegen, ob das für einen was ist, weißt. Lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr ein Video zum Thema Pickup haben möchtest. Pickup ist unglaublich wertvoll. Niemand bringt dir sonst die zwischensexuelle Dynamik bei und Schüchternheit ist ein anderes Wort für Angst und Angst hast du vor Dingen, was du nicht kennst. Das bedeutet jetzt plötzlich, du hast also sieben oder acht Jahre alt warst, waren Mädchen und Mädchen blöd und plötzlich mit 13, 14 spürst du die Anziehung, hast aber nirgendwo mitbekommen, wie das überhaupt funktioniert, wie die sexuelle Dynamik ist, wo du auf Männer schauen, wo du auf Frauen schauen und Pickup ist nichts anderes als eine Map, eine Landkarte, das erklärt dir, was wieso passierte und wie man idealerweise vorgehen muss, so in 50 Metern rechts abbiegen und das befreit, das klärt auf und das empowert dich letztendlich auch darin, dass du letztendlich auch beziehungsfähig bist. Ansonsten hast du ständig einen Blindflug oder du lernst durch Erfahrungen, die nicht alle positiv sind und wenn du regelmäßig dann negative Erfahrungen machst und das nicht verstehst, dann ist es ein einfaches, sich ein Opferbild zu machen und sagen, Frauen sind Bitches oder die stehen nur auf Geld und das ist nicht so. Du verstehst aber nicht wirklich, was da im Hintergrund passiert und Pickup ist eine Fähigkeit, die ich wirklich in die Schule einbaue, in die Oberstufe einbauen würde für Männerunterricht, ja, damit die verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Bei Frauen übrigens ist es so, die waren noch vor uns mit dem Pickup. Da war es so, da gab es auch schon Bücher dazu, bevor Männer überhaupt aufgewacht sind in diese ganze Geschichte rein. Die haben sich ausgetauscht, wie man den besten Mann bekommt, den reichen Mann bekommt. Das ist ganz selbstverständlich unter Frauen, dass man diese Tipps untereinander austauscht. Jetzt wird es aber gefährlich. Männer sind lösungsorientiert. Frauen nicht. Frauen können einfach nur so ein, zwei Tipps nehmen. Es funktioniert sowieso alles, wenn du jung und schön bist und dann können sie ein bisschen dran schleifen. Aber Männer sind lösungsorientiert, strategisch und prozessorientiert. bedeutet, wenn die jetzt das Ganze verstehen und plötzlich so einen Plan vor sich haben, wie das Ganze vorzugehen ist, dann wirst du auch, wenn du eine Körpergröße hast von Meter 65, eine 1,75er Frau wirklich an Land ziehen. Das ist einfach nur eine Dynamik, die du verstehen musst. letztendlich geht es um Macht und den Machtkampf zwischen Mann und Frau. Es geht um die Spannung, die du aufbaust, aufrecht erhältst und zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte machst. Und das bringt dir nicht dein Lehrer bei. Da musst du schon da zum Klaus. Ich denke, das Beste ist, dass man hier einfach das aus der Welt nimmt, was einem halt zusagt, weil da gibt es überall gibt es Licht und Schatten irgendwie und ich denke, man muss halt gucken, was brauche ich, was gefällt mir und dass man da mal guckt, okay, also fand ich halt schon immer interessant, dass man da offen ist und guckt, ob da auch Mehrwert dabei ist, weil auch bei diesen, denke ich mir immer bei diesen spirituellen Ecken, da gibt es ja auch sehr mehrwertschaffende Ideen, die sind halt dann immer in dieses Oh ja, alles ist Energie und High Vibration bla bla bla, aber trotzdem ist es ja sehr viele Wahrheit auch dabei, die einem dann auch selber im eigenen Leben Mehrwert auch bieten kann und dass man sich halt das rausnimmt, was einem auch irgendwo dann hilft und das kann man ja auch hier machen, weißt du? Ja, die Männer sind von Natur aus ist es so, dass wir die Männlichkeit in uns haben, auch wenn man es versucht, wie den bösen Teufel auszutreiben, es geht wirklich darum, dass man Wissenslücken auffüllt. Bei Männern ist es so, dass die im Grunde genommen verstehen müssen, eben was letztendlich die Natur vom Mann ist. Bei den Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie vorneweg nicht wissen, was sie wollen. Also sie wollen alles, aber vorneweg, wenn du eine Frau fragst, was willst du für einen Mann, wann willst du diesen Mann, dann ist da kommt nichts Kluges dabei raus. Wenn die jungen sind, kommt der Schönling dabei raus. Wenn sie älter sind und schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann kommt der Beta Stabilitätstyp dabei raus. Wenn sie, ich sage jetzt mal, älter sind und sehr gut aussehen, dann muss es schon jemand sein, der wirklich finanzielle Stabilität hat. Also es fluktiert und an und für sich würde es gehen, dass man parallel alles erreicht. Okay, wenn der Mann letztendlich sagt, okay, ich bin jetzt in meiner Heldenreise nach oben und die Frau ist auch irgendwo in ihrem Peak, dann ist es so, dass man auch parallel diese Fahrt machen kann, aber da gibt es einige Minenfelder, die man berücksichtigen muss, damit man nicht drauf tritt und man muss sich auch vielleicht einige Blindspots einbauen. Besonders liebe Frauen, wenn ihr einen Typen habt, der wirklich endlich, endlich nach Jahrzehnten so in seiner Kraft ist und jetzt hat er die Option, die du damals mit 21 hast, kannst davon ausgehen, das größte Opfer, was dieser Mann bringt, ist seine sexuelle Treue. Das ist absolut unnatürlich für den Mann. Das ist ein tägliches Opfer, was so groß ist, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Du müsstest eigentlich jeden Tag aufstehen und sagen, danke, dass du treu bist, danke, dass du das für mich machst. In der Vergangenheit waren Männer genauso und da war es aber so, dass wir nicht Tracking auf dem iPhone hatten und nicht unbedingt in die History reingegangen sind. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß, hat die Oma damals gesagt, heutzutage detoniert es links und rechts. Auch ein interessantes Thema, können wir auch gerne mal bequatschen. Klaus, ich muss langsam los. Ja, ich wollte auch gerade anschlossen, nicht, dass wir zu weit fächern, weil es gibt so viele Straßen, die wir dann besprechen können. Genau. Alles klar, aber ansonsten würde ich sagen, wir haben das doch jetzt sehr gut hoffentlich für euch abgebildet und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und natürlich abonnieren. Burak markiert ja auch unten und ansonsten fiert's euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.